Energielösungen für einen florierenden landwirtschaftlichen Betrieb Antagas bietet Ihnen die ideale Lösung, den Flüssiggastank. Antagas ist der Experte für Gasflaschen und der Marktführer für Flüssiggastanks in den Benelux-Ländern. Landwirte werden sich zunehmend der Energie- und Umweltvorteile von Flüssiggas bewusst. Propangas ist der ideale nachhaltige Brennstoff und sehr gut für den ökologischen Landbau geeignet. Die Tiergesundheit steht für jeden Landwirt an erster Stelle. Das Stahlklima spielt dabei eine entscheidende Rolle, denn ein zu kalter Stall kann Stress verursachen und zu Atemwegsproblemen sowie verzögertem Wachstum und nachlassender Produktion führen. Mit Flüssiggasheizungen und oder mit Propangas betriebenen Heizstrahlern können Sie die Temperatur im Stall perfekt an die gewünschten Bedingungen für Ihr Vieh anpassen. Darüber hinaus kommen die geringeren CO2-Emissionen von Propangas dem Stallklima sowie der Gesundheit Ihrer Tiere zugute. Trocknen von Pflanzen Flüssiggas ist ein kostengünstiger Brennstoff für die Trocknung von Pflanzen, die eine spezielle Vorgehensweise erfordert. Steuern Sie effizient die Temperatur während des Trocknungsprozesses, um eine konstante, optimale und gut regulierte Temperatur zu gewährleisten. Flüssiggas ist eine sehr sichere, umweltfreundliche und effiziente Energiequelle mit geringen Investitionskosten. Frühere Ernte Mit Wärme und der richtigen Gasinstallation können Sie Ihre Felder in den Wintermonaten vorwärmen. Indem man die Temperatur um die Wurzel und knapp über der Bodenschicht um einige Grad erhöht, wird eine frühe Ernte möglich. Unkrautbekämpfung Eine ökologische Alternative ist die thermische Unkrautbekämpfung mit Propangas. Die hohen Temperaturen zerstören nicht nur das Unkraut, sondern auch Pflanzenreste, Pilzspuren und Krankheitserreger, die nach der Ernte zurückbleiben. Vermeidung von Nachtfrost Installieren Sie eine Flüssiggasanlage von Antagas und halten Sie Ihre Pflanzungen und Gewächshäuser frostfrei. Gasheizungen sind modular und einstellbar, sodass Sie die Temperatur immer auf dem gleichen Niveau halten können. Eine Energiequelle für alle Ihre landwirtschaftlichen Anwendungen. Bei Antagas sind Sie an der richtigen Adresse.